ich begrüsse euch zum nächsten abenteuer der kingdom hearts reihe und zwar nachdem wir kingdom hearts beruf bei sleep final mix auch schon durchgespielt haben auch schon zum letzten teil der 1.5 2.5 remix hd edition verdammt langer name ja und zwar so kind im harz recoded von dem ich soweit ich weiss mitbekommen habe dass er ähnlich wie 3.5 8.2d sein soll sprich in der ursprungsversion konnte man damals irgendwie zocken und so also sprich normal spiel jetzt mal aber beide versionen sind hier auf der hd edition import eigentlich nur filmsequenzen hier kommen wir das ganze bereits bestätigen bei 3.5 8.2d ist aber jetzt kommen wir zum nächsten amenteuer recoded und vor allem worum es genau gehen soll weil alleine vom bild her war was ein spiel das während während der reignisse von kingdom hearts final mix oder während der reignisse von kingdom hearts 1 weil sowieso aussieht der kleidung her und so wobei die dinger sind ein bisschen länger war gerade die hose werden ein bisschen länger als noch hier wobei kann auch täuschen alleine schon von grössen her und so sagen müssen wir ein kind im harz 1 sein aber auch mal gucken war was genau passiert dieses spiel speichert automatisch ja vielen dank we code da haben wir abspielen und kapitel wir sind ein bisschen nach hause war kapitel alles klar an anfang bla bla okay mal gucken war wollen uns ja nicht zu sehr spoil lassen ich bin gespannt wir spielen es einfach mal ab wieder gut wieder Untertitelung des ZDF, 2020 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 Kannst du mich hören? Du musst nach jemandem das war! Das! Ich habe mich verloren? Wo hätte er gehen können? Halt! Sie sind die Harten! Es ist Zeit für Sie zu nutzen Ihre Werte! Usen meine... was? Was ist das? Sie haben das jetzt, weil Sie die Werte zu kämpfen. Es ist auch Ihr Werte zu überleben. Sie werden manchmal zu kämpfen. Aber nicht vergessen! Soarget! Du bist running AS- Bedeutungs continuar. Finde mich nicht auf dem Behandlung. Geht es deutlich. Es ist Zeit, die dem Werte zu öffnen! Rundetig! Zeige die Schlage. Ich schлаubt die Schlage. Alle Zeit, die Tür zu öffnen! Wie bin ich hier zurückgekehrt? Zora! Das Wort wieder! Wer bist du? Erstens, bist du okay, Zora? Du sogar wissen mein Name. Wir haben uns schon irgendwo gesehen? Na ja, irgendwie. Ich bin Mickey Mouse. Ich habe noch nie mit dir in diesem Welt. Aber ich weiß dich, Zora. Und Zora weiß mich. Du kannst sagen, dass wir wirklich gute Freunde sind. Und so? Wir haben noch nie kennenzulernen. Aber Sie sehen uns, wer ich bin. Und wir sind Freunde. Ist das das? Ich verstehe nicht. Siehst du, ich bin von einem anderen Welt. Und, mein Gott, das ist eine lange Geschichte. Auf jeden Fall, es ist dieses Mysterium, das ich und meine Freunde versuchen zu lösen. Aber wir können nicht in deinem Welt. Also, wir wollten vielleicht, dass du uns helfen kannst. Was? Was muss ich machen? Na ja, wir suchen für eine Antwort irgendwo in diesem Weltall. Und du bist der einzige, der kann ihn finden. Warum ist das? Hmm... Ich weiß nicht, was passiert. Aber du sagst, dass du willst, mich zu exploren? Ja! Und das ist genau das. Und wenn du etwas brauchst, ich werde hier sein. Ich habe es. Erstens. Schau dir etwas anderes. Ich habe das schon gefunden. Diese Blöcke. Was machen sie hier auf der Island? Was macht es? Ich habe es. Ich habe es. Ich habe es. Ich habe es. Oh, und wenn du dich, Sora, wir vielleicht sind. Aber du sagst die Worte, und ich werde alles, was ich für Sie zu guise. Nichts. Was passiert, ich bin immer mit dir in spirit. Danke. Finde ich schön, dass Micky das selber formuliert. Diese Welt ist verletzt. Wenn Schmerzen schwinden, ein Weg wird sich finden. Was ist diese Räume? Life! Ah! Whoa! Ah! Gorsh! What just happened? I think I'm seeing stars. What? Not again. Just look at what's been added to the journal. Somebody's gone and written in a brand new entry. There's a road for the taking if you end our world's aching. What was that? If only I knew what to do. Which world could they mean? Ours? Oh? Fellers! Look up there on the screen! Huh! Could it be? Guess I'm okay. But what was that? This world has been connected. Oh! It's you! Now stand tight. Huh? There's a road for the taking. If you end, our world's aching. I don't understand that. Is it a riddle? So, what am I supposed to do with that? To make this place whole. The keyhole's the place. The keyhole's the place? Huh? Wait! Uh... Hmm? Huh? What's that? Sora, what do you see? Sora! There's something weird here, Mickey. The guy in black left behind this... uh... well... it looks like a keyhole. Did he say anything to you? Hmm... He said... To make this place whole, the keyhole's the place. He must have meant this. The keyhole's the place. I know. Sora, try using the keyblade. You might be able to trigger something with it. Roger that. I'll try it. Whoa! What is this place? Sora, are you okay? Yeah. I think so. But... What's happened to our island? I'm not sure. But whatever it is that's causing the glitches, must be there. If I get rid of it, will the island be restored? I hope so. But be careful. Whatever's in there is powerful. Mm-hmm. I got it. Whoa! Whoa! Ah! Oh! Whoa! Ugh! 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 Yuh! Uh! Uh! Yeah! Huh? 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 Huah! Yuh! Was ist das? 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 data so war das ganze wieder fixen und er lebt dabei eigentlich die ganzen namenteuer aus kingdom hearts 1 bis und mit 2 danach so kommt es mir aktuell ein bisschen vor oh man ey ich bin gespannt wenn ich das ganze jetzt nachher auch nachträglich machen mit dem ganzen schneiden und so da wird überhaupt noch großinnig was quatscht einfach alles nur laufen lassen aber egal das soll es mal für die erste folge gewesen sein bei kingdom hearts recoded verrückt ist es tatsächlich ihr habt schon manches verrücktes gesehen auch in der kingdom hearts reihe aber das top glaube ich weiß mal alles oh man bis zum nächsten mal zurück bei kingdom hearts recoded hoffentlich und ja mal gucken was dann passiert und welche geheimnisse sich uns offenbaren werden ciao zusammen